Wie geht's denn in deinem Guru? Ich mach' ne Ausbildung zum Coach. Und Spiritualität allein wird man auch nicht satt. Helga Beimer. Grüß Gott. Die Ex-Frau meines verstorbenen Mannes. Ich spüre hier den starken Wunsch nach Versöhnung. Die Anna muss im Rahmen ihrer Ausbildung dreimal erprobecoaching machen. Ich hätte großes Interesse. Also mit der auf keinen Fall. Das ist ne ziemlich angespannte Situation hier. Jede von euch beiden hat drei Minuten Zeit, ihre Gedanken dazu. Keine Räucherstäbchen? Sie beginnen. Also Anna.